Wir feiern 10 Jahre Pöld TV und hier kommt Ihr Jubiläumsangebot des Tages. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Jubiläumsangebot des Tages. Und kennen Sie das vielleicht? Sie ziehen eine Bluse an und da ist so ein bisschen was verknittert und da stimmt irgendwie was nicht. Also ich habe das tagtäglich und dann haben wir hier das perfekte Produkt für Sie. Ja, das Problem ist nämlich, das eigentliche Bügeln oder das Dampfbügeln, was natürlich gerade für solche Stoffe, für Baumwolle oder auch empfindliche Stoffe am besten geeignet ist, ist meistens mit einer Bügelstation verbunden. Man kennt diese dicken, klobigen Elemente, wo du zum Teil auch noch ein spezielles Bügelbrett und so weiter für brauchst. Und dann ist man natürlich logischerweise kabelgebunden, weil das Wasser, was verdampft, logischerweise aus dem Tank kommt und über das Bügeleisen dann wieder abgegeben wird. Und insofern wäre es doch unglaublich praktisch, wenn man mal ein Dampfbügeleisen hätte, was eben nicht mit einer Station verbunden ist. Da gebe ich dir recht. Ja, wo man eine gewisse Freiheit hat. Grundsätzlich ein Bügeleisen ohne Kabel ist ja schon wirklich fast eine kleine Sensation. Und genau so etwas haben wir jetzt hier. Und das ist das Bügeleisen, liebe Zuschauer. Und zu Recht sagen Sie natürlich zu Hause, hier ist so ein Kabel dran. Wo ist denn der Unterschied? Ganz einfach. Die eigentliche Station ist diese Basis quasi für Ihr Bügeleisen. Wenn Sie aber jetzt bügeln möchten, lösen Sie das Bügeleisen ganz einfach aus der Station heraus. Ja, Sie sehen, es dampft mit 40 Gramm pro Minute permanentem Dampf. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Es ist ein bisschen schwierig in dem Licht, aber glauben Sie mir, es dampft. Ja, und jetzt gehen Sie ganz einfach hin. Sie lassen die Station dort stehen, wo Sie möchten, auf der Küchenanrichte, auf dem Wohnzimmertisch, wo auch immer du es möchtest. Das ist super praktisch. Ja, schnappst dir dein Bügeleisen und dann gehst du ganz einfach Kabel los. Und ich zeige Ihnen mal, wie praktisch das ist. Jawohl. Einmal um das Bügeleisen rum. Da, das Bügelbrett rum. Zack. Gute Laune beim Bügeln, das will man doch. Genau das ist es. Ich habe grundsätzlich überhaupt kein Problem mit Bügeln. Ich bügel sogar recht gerne. Ich bin ein ganz schön eitler Vogel. Insofern mag ich es ganz gerne, wenn meine Sachen vernünftig gebügelt sind. Aber ich kann das Kabel nicht ab. Ja, das stimmt. Es ist immer irgendwo ein Knoten drin. Ich glaube, das mag keiner so gerne. Nee, es ist immer im Weg. Du hast es ständig irgendwo drin. Normalerweise hat man hier auch immer noch so einen Stab, der das Kabel dann einigermaßen vom Bügel gut weghalten soll. Dann möchten Sie es abstellen. Dann kippt es um, weil es auf dem Kabel steht. Sie kennen das alles. Sie haben auch schon mal gebügelt, oder? Jetzt können Sie kabellos und ich bin völlig frei. Das ist genial. Zack, zack, zack. Mal eben kurz bügeln. Ganz entspannt. Sehr gut. Mich entspannt bügeln? Das ist schön. Ja. Mich nicht so, aber dann kommen meine Blusen demnächst zu dir. Jetzt kommt, wollte ich gerade sagen, jetzt komm nicht auf die Idee und sag, dann kannst du zum Bügeln vorbeikommen. Gut zu wissen. Aber mit dem Bügeleisen macht es natürlich auch echt Spaß. Ja, na klar. Da würde ich, glaube ich, selber auch Spaß kriegen am Bügeln, ja. Natürlich kann man es einstellen, ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte, das ist klar für alle unterschiedlichen Materialien. Das ist ein Bügeleisen, wie man es eben kennt, logischerweise auch mit einer Keramiksohle und die gleitet wie ein warmes Messer durch ein Stück Butter über ihr zu bügelndes Utensil, über ihr zu bügelndes Hemd oder die Hose. Vertikales Bügeln zum Auffrischen von Sakkos beispielsweise, von verknitterten Hosen ist ebenfalls möglich. Und Sie können hier sogar nochmal einen extra Dampfstoß abgeben bis 135 Gramm pro Minute. Und da sind wir schon fast im Bereich einer richtig klassischen Dampfstation. Nur das Ganze jetzt eben völlig kabelfrei. Einfacher und komfortabler kann bügeln meines Erachtens gar nicht mehr sein. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und auf jeden Fall auch nicht so günstig. Wir schauen einmal auf pearl.de, da sind wir bei 40 Euro. Aber da das heute unser Jubiläumsangebot des Tages ist, bekommen Sie es für 29,99 Euro. Und das ist doch mal ein unschlagbarer Preis, wie ich finde. Ganz ehrlich, für 30 Euro, gehen wir in den Supermarkt oder in den Fachhandel, versuchen wir mal für 30 Euro manierliches Bügeleisen zu bekommen mit einem vernünftigen Dampfausstoß. Das muss doch nicht mal ein Dampfbügeleisen sein. Für 30 Euro schon schwierig, mit einem Markenhersteller sind Sie mit 50, 60 Euro dabei. Hier mit 30 Euro kabellos, kein Problem. Ich zeige es nochmal, ich finde das genial. Rechte Hand, linke Hand und vor allen Dingen völlig frei. Damit gelingt es definitiv, auch wenn du mal eben kurz zum Schrank gehst, mal eben kurz einen Sack abdampfen möchtest oder was. Nimm die Gerüche weg und nimmt die Knicke weg. Besser kann es nicht sein, oder? Super praktisch, ja auf jeden Fall. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, das ist die, Moment, NX 4999. Und wenn Sie auch so viel Spaß haben wollen beim Bügeln wie der Carsten, dann bestellen Sie sich doch gerne das Jubiläumsangebot des Tages. Der Preis gilt für jetzt und für die nächsten zwei Stunden. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.